zwei stück bogenschütze oh ja ich sehen ich werde ihn abstechen nein nein aber mama muss weg muss was trinken nein falsche taste hat er dich umgebracht ja mist drei mann drei da habe ich auch keine chance kann ich jetzt was trinken oder wäre ich dann wieder sichtbar mann hat mich geblockt das dumme schwein aber einer ich habe gestochen erfarmungslos geil wie er weg wollte es war ein augenschmaus für mich und ich dachte mir schön ja lauf ich sehe deinen rücken geil das emote ist ja auch recht dümmlich alter mann diese scheiße wer denkt sich so ein mist aus die mimt sie mimt die ist tot jetzt kann ich schon wieder eine heilung endlich rein er hat die tür aufgemacht ja ist ein pokenschützer nein hier ist einer bei mir was war das denn er war nackig und hat mich kalt gemacht hat mich auch kalt gemacht scheiße nackig war der sie sind auch reingekommen aber der eine war tot wie konnte er sich nackt bewegen unsichtbar das war mindestens elf erbarmungslos die kann ich auch zahnlos trinken ganz normal er lutscht es ist doch kein eis am stiel er lutscht seinen dreck da ist ein heiltrank drinnen da ist brötchen drinnen was bräuerchen brötchen brötchen rücken frei halten irgendwie stich stich Achtung jetzt er kotzt er ist gefallen ein gefallen noch also das war weil du wieder lootgeil warst ne 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 einen musste ich rausgegeln aus seinem versteck aber bigclocking ja mein skill kommt zu vorschein was muss ich jetzt machen ach spacebar ah ok wenn das im roten ist oh ja hab ich gemacht äh warte mal bleispender oh oh weg 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 weiter 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 pass auf hier sind sind dinger so jetzt feuer frei er kommt da er kommt bret zu bleispender ey hier ist einer hier ist einer vielleicht kann ich ihn von hier töten ne das schaff ich nicht ja ach mädchen kommen wir doch wo seine Schraube ist na der eine hat sich grad verpisst ich hab ihn befreit warte ich helfe dir ich komm mal ich komm mal boah uuuh ja hab ich nicht grad einen heiltrank getrunken bleispender hier schieß mal durchs fenster schieß ihm in die fresse naja feuer frei da verpisst er sich habt ihr die Typen noch offen nein haste ja der hat die zugemacht ne zu euch jetzt ich muss ich bin vor dem ach so mir ist der Typ noch am Arsch hinter mir vorsicht jungs vorsicht 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 ach die ist kaputt ja dann müssen wir hier rein da müssen wir kalt machen da drin den Barbaren der Barbaren liegt tot in der Ecke glaub ich ja ja der ist grad weggefallen ja komm rein zur Werder ich mach den jetzt Platz hier und dann komm ich mit alleine lass ich dich da nicht kämpfen ja ja weggeben es ihm ja ja so Kaffee 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 wenn jemand aufkommen sehr gut danke Jungs ich hab endlich mal wieder bisschen Kohle auf dem Konto ja super danke Kaiser oh wir sind alle raus geil schön habt ihr das gesehen hin? ja da kam noch einer ja ich hab das geglaubt da kann doch das Rote nehmen naja hier werden welche gewesen sein oder kommen wir von hier? ne 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 passt auf hier sind wieder Fallen ja ja lass das ganze Gold liegen ja ich war noch nebenan ich dachte Matze macht hier mal den Staubsauger aber ne gar nicht ja liegt alles Fall noch ab Mann ich geh schon wieder drauf hier das kann doch gar nicht sein ich geh wirklich drauf oh ne ey wieso das denn ne Spinne hat mich umgebracht hier hier liegt jemand hier ist die kleine ja ja da unten bin ich nicht mehr raus gekommen weil überall fallen wir an aha ach so also nicht hier ist schon einer tot hier war schon irgendwann geben wir uns doch nicht hin ah da war auch einer frisch da ist noch ne Giftwolke mhm gut 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 da kloppt er da mit der Kiste ja stich ihn ab stich ihn ab hallo blei schieß ihm rein schieß ihm wie er erfahrungslos zusammengebrochen ist oh guck mal rein hier mal was denn der hat der hat ein paar Sachen für dich alter hat gute Sachen hier die Brust ist heftig die musst du anziehen die macht vier Schaden mehr mit deiner Waffe dann alter nicht genug Spes aber mach ich mal die weg hier auch und zieh mal die an die Hosen sind ja naja man muss doch mal hier irgendwo ein Schrein geben für nen alten Matzer ne da waren wir schon da waren wir schon ja ja ach du guckst bei mir zu ok ja ja ah hallo ah wie er sich versteckt hat ach erbarmungslos wieso wurde er sichtbar weil du ne Fackeln geworfen hast oder was ne der hat sich im ohhh ach der hat sich im dunkeln das war ja stimmt er hat sich im dunkeln versteckt hier ist noch ein Kämpfeuer drin oh oh der Schwert oh man ich will mitmachen das Schwert boah wenn du das nicht nimmst nimm ich das ich muke mal äh 32 schon das ist ja noch besser wie meins das ist heftig das Schwert ich würde dir meins schenken wenn du willst er schenkt mir lieber das ist immer gut gewesen ach ne 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 ja alles gut ich brauch das eh nicht also ich hätt's genommen aber ich brauch's nicht da hab ich das weg und nehm das mit flatterndes Pack Insekten jetzt müssen wir aber jetzt müssen wir aber dann überaus hier ja hier ist ein Schreien drinnen dann im nächsten würde ich sagen oh mit einem Schuss alles kaputt ach ich muss nachladen oder na du hast Fleischbänder ne 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 ach ne die Axt die Axt hatte ich gebraucht ja aber erst Fleischbänder und dann die Axt ja das war ein bisschen eins zu viel Fleischbänder und dann kannst du zwei Seelen retten aber das geht ja gar nicht da ist einer er ist verreckt er ist verreckt der komische Knochen nicht nicht das ist der Knochentyp lass den also geh ich hier weg oder was naja äh klar jawoll warte da kriegt man einen hier oben zack weg ist er hier hier wartet doch Loot Matze komm ach seh ich hinkomme ist schon wieder alles weg ne ich fall da nicht mehr drauf rein oh da oben schießt da schießt einer auf mich hier oben boah du bist aber schon ja viel zu weit Matze ich hab einen umgelegt da ist der grüne Matze Alter du bist doch echt ein verrückter naja was wollte ich machen ich musste einen umlegen der hat auf mich Aua oh Assis na der fehlt mir noch Vorsicht Bleispender oh jetzt bin ich durch die Spike ach ach leck mich doch ach man wir haben hier keine Probleme ne ne warte ich hole Matze ich mach das ach man bring meinen schönen Dolch mit pass aber pass aber auf die Spikes auf oben ach ja ich hab's grad gemerkt ist er ich laufe im Kreis dann achso oh 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 ja wenn er kommt ja warte mal zu nicht sonst kriegst du Akku Aua jetzt hast du Akku von dem scheiß Skelett naja das macht dich jetzt tot au verpiss dich doch hat der Marktloch schön von ja oben in den Kopf rein der macht nicht ne ne ich hab's auch gerade gesehen ich versuche gleich zu helfen ich musste gerade Matze hier unterstützen jo wenn da immer schön zu stechen ja jo da liegt er pratsche breit du musst dich heilen Matze hm meine letzten vier Heiltränke ach ist das ein Jammertal oh hier hat einer was zerdeppert ja mach er nicht zu schnell ja die sind wieder hier drin in diesem mittleren Raum ja wollen bist du wieder wagen oder was ja hier sind sie ja hier drüben oh ich muss den Bogenschütze zünden ich bin ne Bogenschütze ne ne ein Skelett Bogenschütze oh oh man kann ja nicht springen oder was an ihr Idioten Mann mir aus dem Weg doch ich bin drüber gesprungen ah puh wo seid ihr Jungs ich wollte hinten rein ne sind beide schon tot ach so ne hier sind noch zwei Skelette ja ach so aber ich hab die Player getötet geil ok mach halt die Skelette mal oder ich denk ihr kommt gleich weiter und ihr kommt einfach nicht ist auch gut die scheiß Skelette haben uns abgehalten ja na gut das Scheme Und und das ist ebenso ich